Was geht ab, man? Oh, SeeFighter, HoseRi und heute wird es weitere Summons geben. Bevor wir damit jedoch anfangen, Freunde, ein, zwei wichtige Sachen. Auf der Japanischen Version ist nun zum 1. Mai zum Thronwechsel in Japan. Das ist quasi eine eigene Feierlichkeit in Japan. Deswegen gibt es auf der Japanischen Version ein Step-Up-Banner. Wir haben ja für JP für den 1. Mai ein Special-Banner erwartet und es ist, wie viele erwartet haben, ein Step-Up-Banner. Ich gehe ganz kurz über die Details, damit ihr wisst, was man hier holen kann, wie das Ganze funktioniert. Summonen werden wir in diesem Banner noch nicht. Ich werde da noch ein wenig warten. Das ist bis zum 21. Mai, glaube ich, ist das Ganze live. Denn vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, Freunde. Shoutout an Team Dokona. Er hat das nämlich geliegt die letzten Tage für den 9. Mai, für den Goku-Day. Erwarten wir für Global und JP einen LR Gohan und LR Goten, die zusätzlich dazu ein Actorskill haben und durch ihren Actorskill Goku hinzurufen und dann eine Ulti durchführen. In dem Fall, um es kurz zu sagen, das LR Family Kamehameha Trio, Freunde, für den 9. Mai, für Global und JP soll auch ein Dokan-Fessel-Charakter sein. Shoutout an Team Dokona. Wie gesagt, ich habe das Ganze auch getweetet gehabt und dementsprechend werde ich da auch noch ein bisschen warten und mich da ein wenig gedulden. Und dann gucken wir, was am 9. Mai so alles abgeht. Und wenn wir die Tage die genauen Infos zu dem Charakter bekommen, wie er was alles drauf hat, etc., dann lasse ich euch auf jeden Fall so schnell wie möglich wissen. Aber jetzt wegen dem Step-Up-Banner auf JP, vorerst nur auf die Japan-Version. Früher oder später soll das auch auf Global kommen, Freunde, denn in JP ist gerade eine Feierlichkeit und ich kann mir vorstellen, dass sie diesen Banner auch zu einer globalen Feierlichkeit raushauen. Wie beispielsweise einfach mal random gesagt Thanksgiving. Jedenfalls, in JP ist das Ganze live. Für den ersten Step zahlt ihr 20 Stones und bekommt dann garantiert einen Extreme-Z-Charakter oder Easy-A-Charakter, um es einfach zu sagen. Deswegen, ansonsten wirklich sehr viele Dokkan-Fessel-Charaktere hier in diesem Banner enthalten. Und pro Step, wie wir das aus dem Neujahrers-Banner karten, gibt es dann eine garantiert. Und in den allerletzten Steps gibt es dann einen LR-Charakter. So gesehen sind das 5 Steps. Für die 5 Sets braucht ihr 200 Stones. Heißt, man spart an sich, quasi man macht 5 Mutis, aber spart 50 Stones. Und verbraucht dann nur 200 Stones für die ganzen 5 Sets. In jedem Step gibt es einen garantierten Charakter aus Step 1 20 Stones. Dann bekommt ihr garantiert einen von denen. Natürlich könnt ihr in dem Step dann weitaus mehr ziehen als so den garantierten. Jedoch sind sie halt garantiert im GSSS dort. Im zweiten Step sind es die Super-Class-Leader. Im dritten Step sind es die Extreme-Class-Leader. Beide Steps hier, Step 2 und 3 sind 40 Stones. Dann wird Step 4 50 Stones. Hier gibt es einen Kategorie-Leader. Aus diesen Kategorie-Leadern bekommt ihr einen garantiert. Und im allerletzten Step bekommt ihr einen dieser LR-Grantiert. Falls ihr zusammen werdet, würde ich auf jeden Fall sehr viel Glück freuen. Aber jetzt gehen wir mal rüber zu meinen Summons. Viel Spaß. Ja Freunde, nach den Verzweiflung-Summons bei Samas. Ja, auch verzweifelt. Nein, Spaß, legit. Früh am Morgen, sorry dafür. Aber müsste sein, denn zack, hier schaut man. Am 17.04. Dann nehme ich das Ganze auf. Direkt einen Tag nach Release des Banners. Wohnen wir Platz 1 auf JP. Dafür gibt es so uns die Runde kurz ab. Dann, ja, wie gesagt. Hauen wir noch weitere Summen raus. Weil Samas hätte ich gerne auf jeden Fall. Wir sind sehr gut reingegangen bei ihm. Aber schauen wir mal. Also in der nächsten Zeit auch werdet nicht greedy, Freunde. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wird werden wir auf JP gute und viele Zones bekommen. Nicht nur wegen Platz 1 Preise. Sondern an sich. An sich wird es wahrscheinlich auch viel losgehen. Über die 10 Tage, in dem ich das Ganze aufnehme, gibt es ja auch diese Dailys. Nein, 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 dem glaube ich nicht mehr. Kombos und so. Nein, 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 nein. Nichts mehr Featured und so weiter. Es gibt, glaube ich, die sind 9, 10 Tage, müssen wir uns sofort freuen. Naja, wow, Gottku. Dreimal nicht Featured. Gottku hat man zu uns auch nicht das, was immer war. Ganz ehrlich. Gottku hat man zu uns auch nicht das, was immer war. Okay, es sei denn, aber ich wollte gerade sagen, ey. Boah, wenn hier ein Bait gekommen wäre. Boah, das wäre das Geilste. Oh, Mann. Ganz ehrlich, Gott, keine Ahnung. Es gab nach irgendeinem Update, haben die auch mal so hinzugefügt, dass die Kombos auch mehr als 3 nicht Featured Charaktere bedeuten können. Statt Featured. Es hat das ganz kaputt gemacht, bin ich ehrlich. Ja, geil, Alter. Anders wäre es natürlich geil, wenn jetzt kein Deadmulti kommt, sondern in dem Banner, by the way, oh, nein, genau. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. In dem Banner habe ich eh keine Hoffnung mehr auf die ganzen Kombos oder so. Die haben bei mir, glaube ich, gar kein Featured Charaktere gegeben. Es kamen nur mehr 3 SSR oder mehr. Ich habe einfach nur Hoffnung jetzt in Animationen, die direkt sagen, es ist ein Dokument exklusiv. Wobei da dann natürlich noch die Chance gering ist. Was heißt gering, sondern wobei da noch sehr viele Charaktere Dokkan exklusiv sind. Und wie es aussieht, sind es 3 SSR oder mehr. Oh mein Gott, direkt kein Bock mehr, ganz ehrlich. Also 3 SSR oder mehr und nicht Featured. Ernsthaft, Game? Ey, das kann es doch nicht sein, bitte. Ich habe legit keine Hoffnung mehr mit den Animationen. So Freunde, wir sind jetzt sammens beim Abendmahl. Wir haben alle zusammen mit der Crew Endgame geguckt. Müllgame. Was? Was? Jedenfalls, wir fangen jetzt mit einem Sammens an. Jeder hat einen Sammens. Oder es gibt ein paar Sammens auf jeden Fall. Wer fängt an? Arnd, schicken, 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 schicken. Schicken, schicken, schicken. Ah! Schicken, schicken, schicken. Ah! So, was ist jetzt los? Why talk? Was ist jetzt los, ha? Warte, ich brauche Platz. Oh, ich brauche mich auf mich. Auf mein Handy legen. Wo sammens du Global? Global. E.O. Wen wollen sie? Wen wollen sie? Ja. Sean, Sean Goku. Sean Goku. Ja, der ist der Wiss. Let's go, viel Glück. Oh, Kipper. Ich trink nach Hause, Alter. Super Seite in 1, ich trau. Super Seite in 1. 2, Leute. Skip Animation, ich bin nicht. Nein, bitte skip, Alter. Oh je, der ist jetzt der Mann kennt ihn. Warte mal, aber so nervös. Jungs, ich call jemanden von Trio Kamehameha. Trio Kamehameha? Ist das eine Anspielung, oder was? Die Family, Alter. Ja, 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 die Family. So, warte. GSS. Garantied GSS. Alter, trockener geht's nicht. Oh, der Schäft. Krank. 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 Endlich. Endlich. Jetzt. Newcomer. Wer will anfangen? Hier komm. Erstmal Asri. The Legend of Asri. Oh, Zamaslingen. and then. The Legend of Asri. And then. Yikeso. Oh, JP? Oh, my God. Oh, my God. Oh. Okay. Okay. All right. Da weißt man nichts. Wen willst du denn? Hast du das? Nein, nein, die brauche ich unbedingt. Sag mal. Neuer Leader. Okay. Oh, ist das? Oh! Stark! Einfach halten. Oh, ist das? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, Fake! Schade, man. Rosé, baby. Brutal. Bei mir warst du auch so. Bei mir warst du auch so. Ja, ja, leider. Hebst danach noch deinen auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Also... Ein gratis Multinop für dieses Video. Nehmt mal... Oh, Alter! Oh, Alter! Einfach so! Zweifelz über euch, Alter! Lieber dir! Nacken! Okay. Wir haben hier noch einen. Den halten wir mal auf. Wir machen, wir fahren. Jetzt. Komm ins Iran. Sie sind Global Spieler? Ich bin Global Spieler. Ich bin neu im Business. Rang 13. Jungs frisch im Business. Okay. Hände zittern! Ihr habt es gesehn! Hände zittern! Ihr habt es gesehn! Ja! Wir haben! Wir haben! Oh. Oh. Okay, mit dem ist der Rainbow. Ja, Mann! Ja, Mann! Wie lang? Oh! Knapp! Knapp! Ey, jetzt darf es Zwei, ey! Global, richtig? Glauben. Das kommt nichts, was ist da los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich darf nicht lachen. Das fügt sich auch nichts. Oh! Okay, okay. Oh! Was? Was sagen sie dazu? Mein Lacher. Okay, bist du durch? Ich bin durch. Jetzt jetzt. Oh! Oh! John Wick! Let's go! Wer willst du? Mit Roku Black? Oh, mit kleinen Fingern! Bringt das Glück oder was? Oh mein Gott! Oh! Fusion! Oh! Jungs, das ist genau das, Alter! Lune! Komm ran! Ich sag ins! Nein, du keine Exklusiv ist am Schall! Alter, der hat der Real-Life-Stream-Track! Alter, jetzt sind wir gespannt! Oh wait! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schön war's! Ganz den Tag gewartet, verschärft! Danke! Den hab ich so noch voll dir auf... Wir haben den deutschen Cosplay! Was? Den Namen du? Oh mein! Ja Leute, jetzt nicht! Es liegt an... Oh mein Gott, Anski! Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang! Jetzt komm dran! Anski wo schon zusammen sind! JP! Okay! Hey, mal langsam! Hey, wer ist da? Oh mein Gott! Das ist ehrensame! Einfach nur Trumps! Nur Trumps! Ein Kinder! Wie bei mir! Du kriegst recht! Oh! Seht ihr, Anskis Goldring! Da fliessen die Stones hin also! Okay, okay, okay! Gottkuh? Oh! Gott wäre gewesen, aber Whitehawk hat angepasst! Warte, Mann! Junge, mach's doch! Nicht so schnell, ey! Komm ran! Drück durch, Junge! Drei Baits einfach! Sure! Guck, guck, guck! Siehst du Finger zittert? Ja, die Hände zittert! Mal wieder! Der Finger muss zittert! Das ist JB! Ach du Heiliger! Oh je! Oh mein Gott! Das war ein Baitbait! Ja, ja! Oh! 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 Okay! Hörregut! Okay! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Was? Du hast auch noch einen! Oh mein! Okay! Jetzt kommen die Plätze! Ulla! Ulla! Was macht der? Mit Nasen! Einfach! Mit Nasenbluten! Junge, von zu viel Samen kriegt man Nasenbluten! Oh! Oh! Okay! Dreh noch weiter! Dreh! 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 Kran! Ich werde manchmal auch imkinsierenbluten! Der hat am besten gepulpt bis jetzt. Jetzt ist es, haze die. Das bringt Glück, bringt Glück. Hast du auch glaubensverurteilt? Oh, geht er? Lionel? Lionel, Lionel! Ein Doka-Nex ist am Start. Welcher wird es sein? Nicht so laut den Eben. Ein Doka-Nex ist am Start. Geht's? Ein Doka-Nex ist am Start. Der Doka-Nex. Davor war... Korrekt. Broly ist krank. Sehr schön. Ich hatte ihn noch nicht. Broly ist krank. Broly ist krank. Was ist passiert? Nicht schlecht. Egal, Broly ist krank. So sieht man aus, wenn man nichts gezogen hat. Das ist euer Ohr. So, Freunde. Jetzt haben wir die Kinder beiseite geschoben. Die Kinder haben geschleit. Jetzt seid leise! Aref, jetzt kommt der real Mutti, Freunde. Mach ruhig, ich lasse. Guck zusammen. Wir haben immer noch keinen Samas. Wir haben immer noch keinen Samas. Wir haben immer noch keinen Samas. Oh je, oh je. Aber Lionel? Okay? Okay, Müll. Oh ja, Müll! Müll! Schön war's. Oh mein Gott. Den ganzen Tag gewartet. Den ganzen Tag. Das ist ja so witzig, wie ich zwischen kann. Ich verstehe. Aber einfach raus gehen. Unser Rudel. Unglaublich. Das ist doch unglaublich. Sieht mir wie die Finger zittert. Wer war der letzte? Wer war der letzte? Wie viele Tasten? Viele. Ich glaube, das wäre jetzt so Mutti. Kein Sinn. Tritt ihr durch noch bei Sommas? Bei mir kam Bloli. Vielleicht kann er mal hier. Ey, da sind Bloli drin. In Kokoulet, Rosé. Die wollen alles. Müll. Müll, danke. Müll. Danke. Der Tag verschwendet. War schön, Jungs. Hat Spaß gemacht. Was? Kein Dabbelküpp. Hat Spaß gemacht. Einfach der Chef. Egal, C18. Ich beliege die C17. Oh, geil. Ich beliege die C17. Ich beliege die C16. C16. Hast du? Ja. Du brauchst in der GS. Einfach. Einfach super toll. Alle an die Hände geschüttelt. Jungs, brutal verstanden. Willst du noch was sagen? Ja. Willst du noch was? Org. Lebesst du noch. Und dann kommt er an die malen. Egal, was sie? Seid mal. Einfach. άλ, was sie? Er ist alles.